Ich zeige dir heute mal, wie du MailerLite mit Webflow verknüpfst und ein Newsletter-Formular in Webflow erstellst, das wir dann mit Webflow-Logic zu MailerLite quasi senden. Und das ist ein anderer Weg, wie ich ihn schon mal vorgestellt habe. Ich habe nämlich schon mal ein Tutorial dazu gemacht, wie wir die zwei Tools hier verknüpfen. Und der funktioniert auch nach wie vor, ist aber meiner Meinung nach eher so ein Umweg, weil wir im Prinzip auch in MailerLite ein Formular erstellen müssen. Und das Ganze, sobald das erstellt wurde, mit den Feldern, die wir auch in Webflow dann erstellen, müssen wir uns quasi, wo war das, hier in dem ganzen HTML-Code diese Post-Adresse raussuchen. Und es fühlt sich so ein bisschen wie so ein Hack an. Und ich habe gedacht, vielleicht probiere ich einfach mal diesen Webflow-Logic-Weg, der eben auch mit jeglichen anderen Tools eigentlich funktioniert. Es ist quasi eine Alternative, auch eine, die ich jetzt bevorzugen würde, seitdem ich das Video hier rausgebracht habe, ist eben entsprechend Logic bei Webflow veröffentlicht worden. Und deswegen können wir das sozusagen einmal updaten. Um dir das Ganze zu demonstrieren, bauen wir uns jetzt kurzerhand mal ein Newsletter-Formular. Und wir gehen jetzt einfach mal auf das Plus und sagen, gut, hier gibt es das Form-Block-Element. Ich klicke hier einmal drauf und dann wird es dort eingefügt, wo ich hier gerade im Navigator bin. Und hier, ich kann auch nochmal eins ranzoomen, haben wir jetzt den Aufbau schon mit Labels. Ja, die können wir jetzt auch mal wegmachen, können wir uns gleich in die Input-Felder schreiben. Und dann haben wir schon zwei Input-Felder auch hier vorgefertigt. Das ist eigentlich das, was uns ja auch reicht. Ich mache jetzt hier mal Newsletter-Form-Demo als Wrapper. Dann können wir das nämlich vertikal mit vielleicht einem EM ein bisschen Abstand dazwischen bringen. Und dann haben wir hier, glaube ich, Input-Field habe ich ja schon vorgefertigt auf meiner Seite jetzt für gewisse Stylings, um das Ganze zu stylen. Und hier genauso Button habe ich ja auch schon bei mir auf der Seite als Element. So, das sollte erstmal reichen. Wir können jetzt überhaupt nicht sehen, was für Felder das sein sollen. Das heißt, eine bestimmte Beschreibung brauchen Sie natürlich. Und deswegen gehen wir jetzt mal hier hin in die Einstellungen und sagen hier unten im Text-Field-Settings, und das ist wichtig, muss hier ein eindeutiger Name stehen. Und da können wir jetzt hier Name reinschreiben und dann hier auch Name. Das ist auch das, was letztendlich hier dann reingeschrieben wird. Und dann haben wir hier E-Mail 2. Da mache ich das auch mal weg und schreibe einfach E-Mail hin. Das muss auch eindeutig sein. Und dann können wir hier auch E-Mail einmal hinschreiben. So, in meinem anderen Tutorial war es wichtig, dass wir hier beim Namen genau das so schreiben, wie das bei Mailerleit auch ist. Das spielt hier jetzt keine Rolle. Das ist jetzt sozusagen intern. Aber so können wir es besser identifizieren, wenn wir gleich den Logic-Flow anlegen. Und dazu brauchen wir diese eindeutigen Namen. Genauso legt Webflow hier oben immer solche Sachen automatisch auch an. Ja, diese ID spielt erstmal jetzt auch keine Rolle. Können wir jetzt erstmal so lassen. Hier noch Required. Musst du entscheiden, ob du jetzt den Namen auch als Pflichtfeld machen willst für deinen Newsletter-Signup. Und dann haben wir im Prinzip die zwei Felder, die wir jetzt brauchen. Die ganzen Sachen hier mit Submit, okay, das könnten wir noch auf Deutsch schreiben. Das hier auch Please Wait. Können wir auch dann bitte warten. Das kannst du sozusagen einfach noch umbenennen. Und das wird auch momentan automatisch kommen, wenn du jetzt möchtest, dass das auf der Unterseite nach dem Abschicken weiterleitet. Und dann möchte ich sagen, dass bevor wir jetzt den Flow anlegen, ich habe es schon ein paar Mal probiert. Es ist wichtig, dass du dieses Formular einmal ganz neu anlegst. Ich habe das einmal mit einem Formular gemacht von meinem Newsletter, was ich da vorher schon mal gebaut hatte, was schon lange auf meiner Seite war. Und dann habe ich das mit dem Webflow-Logic verknüpft und es hat einfach nicht funktioniert. Dieser Flow hat als Test immer Daten auch von MailerLite zurückbekommen und das hat eigentlich im Flow funktioniert, aber auf der Live-Seite nicht. Warum auch immer. Und es hat erst dann funktioniert, als ich diesen ganzen Formblock nochmal ganz neu angelegt hatte. Und es ist jetzt beim Newsletter-Signup ja nicht so aufwendig, deswegen ist es nicht so schlimm. Aber ich habe das Gefühl, Webflow hat im Hintergrund vielleicht doch ein bisschen was geändert und meine alten Formulare haben dann mit diesen Flows nicht so richtig funktioniert. Deswegen, genau, das ist sozusagen das, was ich empfehlen würde, einfach das Ganze nochmal neu aufzubauen, wenn du jetzt das auch mit Webflow-Logic aufbauen willst. Dann gehen wir hier auf dieses Icon, das sollte auch jeder kostenlos zur Verfügung haben in seinem Webflow-Account, Logic, und gehen jetzt hier auf Flows. Wir haben jetzt hier zwei Stück, den hier können wir jetzt einmal nochmal löschen, dann siehst du es einfach von Anfang an. Den habe ich ja schon und ich gehe jetzt auf neuen Flow. Und dann kommt man hier quasi einmal in diesen wie anderen Designer-Editor rein und können hier jetzt einmal einen Namen vergeben. MailerLite Demo mache ich jetzt bei mir mal, damit ich jetzt unterscheiden kann. Beschreibung ist optional und das hier ist auch alles schon automatisch vergeben so. Das heißt, dein ganzer Workflow hier heißt dann MailerLite Demo. Über den Weg hier könntest du das duplizieren oder löschen, ja, und mehr müssen wir hier jetzt erstmal nicht machen. Und jetzt fragt er uns nach einem Trigger. Und jetzt ist genau das, dass wir sagen, okay, wenn ein Formular abgesendet wird, wollen wir hier einen Flow erstellen. Das heißt, Form, Submission wählen wir aus. Und jetzt können wir hier auch sagen, okay, MailerLite Demo Newsletter. Und ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt, haben wir den jetzt gerade? Ne, wir haben auf Testzeit E-Mail Form. Also das wäre auch gut gewesen, hätten wir das noch benannt. Das können wir jetzt auch gerne mal nochmal kurz machen. Dann ist es einfach ein bisschen sauberer. Gehen wir auf die Testseite und ich zeige dir einmal den Weg, wo du das benennen musst. Wenn du den Formblock einmal auswählst, siehst du, hier steht jetzt E-Mail Form und da machen wir jetzt auch einfach mal MailerLite Demo Newsletter draus, damit wir das halt einmal sauber haben. Ja, jetzt gehe ich wieder zurück zu meinem Flow. Jetzt hoffe ich mal, dass er uns das noch nicht rausgeschmissen hat. Ne, hat er auch alles noch drin geschrieben und jetzt können wir das hier besser sehen. Auf der Testseite ist Demo Newsletter. So, jetzt weiß er, es geht um dieses Formular. Wenn wir das abschicken, soll etwas passieren. Und wir müssen ihm jetzt sagen, was soll danach passieren. Und wir brauchen jetzt, um mit der API von MailerLite zu kommunizieren, ein HTTP-Request heißt das. Und das ziehe ich mir jetzt hier einfach mal rein. Und jetzt hat er auch das Block 1 beschrieben. Ich, ist im Prinzip egal. Wir machen jetzt einfach mal MailerLite, weil wir haben danach nichts mehr. Wir schicken jetzt einfach nur 9 Subscriber quasi zur MailerLite. Und jetzt sehen wir bei, bei, ähm, auch bei dem oberen Step schon, bei Output, was wir hier für Felder uns, mit denen wir arbeiten können in unserem Flow, ja. Wir haben jetzt also Name und E-Mail und Timestamp. So, das sind die Sachen, mit denen wir arbeiten können. Und in dieser Position hier müssen wir jetzt verschiedene Dinge ausfüllen. Das ist natürlich die Frage, okay, woher wissen wir diesen ganzen Kram? Ja, und das ist schon so, dass man das jetzt nicht irgendwie, ähm, ja, wenn man es ein paar Mal gemacht hat, ist es eigentlich immer der gleiche Weg. Und wenn man ganz neu rangeht, ist es ein bisschen, ähm, verwirrend. Aber man, es ist im Prinzip die Sprache der Programmierer, der APIs, der, ja, Tools, die man verknüpft. Und eigentlich ist es ziemlich cool, dass es so einen Weg gibt. Und wie du den jetzt rausfindest, ich erkläre dir einfach mal, wie ich es gemacht habe. Ich bin bei MailerLite auf Integrations gegangen, ja, habe ich hier schon einen neuen Tab geöffnet. Und dann kommst du im Prinzip zu diesem Entwickler-API-Umgebung. Und da auch ein paar Infos dann dazu. Und jetzt steht hier, stehen hier auch schon ein paar Infos, wie man das sozusagen hier verknüpft. Und das hat mir auch so ein bisschen einen Ansatz gegeben. Aber was du auf jeden Fall brauchst, ist ein API-Token. Das ist wie ein geheimer Schlüssel, der dir erlaubt quasi mit MailerLite und Webflow, dass die untereinander kommunizieren. Und beide brauchen diesen Schlüssel und nur dann funktioniert die Kommunikation. Und wenn wir jetzt hier auf Generate New Token gehen, machen wir jetzt mal Demo, dann wird dieser Schlüssel hier dir nur einmal angezeigt. Ja, der hier. Du kannst ihn dir jetzt speichern und dann irgendwo im Schlüsselbund oder sowas, dann kannst du den wieder abrufen. Aber der wird danach nie wieder angezeigt von MailerLite und genauso bei Webflow auch nicht. Ich, bei dem Newsletter-Formular ist es jetzt nicht so schlimm, wenn du den mal nochmal neu generieren müsstest. Ja, dann legst du einfach einen quasi neuen API-Token an. Ich kopiere den jetzt mal und das passt schon. Also wenn ich den jetzt schließe, dann wird der hier, Demo kann ich nur noch löschen. Ich kann ihn nicht wieder aufrufen. Ja, ich habe ihn jetzt aber in der Zwischenablage. API-Token. Und jetzt kann man hier Credentials etwas anlegen. Ja, ich habe jetzt hier zum Beispiel schon meinen API-Key, den ich von meinem Newsletter eben habe. Und ich mache jetzt einfach mal einen neuen. Ja, gebe ich Demo ein und da gibst du dann MailerLite oder das Tool eben ein und sagst der API-Key, dass du es einfach deutlich zu dem Tool zuweisen kannst. Beschreibung ist wieder optional. Und jetzt muss man den hier einfügen. So. Und jetzt kommt ein Fehler, den ich schon mal gemacht habe. Der ist jetzt also hier übelst lang. Ich habe den einfach nur hier so eingefügt. Und damit funktioniert es nicht. Und jetzt geht es eben darum, ein bisschen herauszufinden, was der noch zusätzlich braucht, um das funktionsfähig zu machen. Und diese Infos hier haben mir nicht gereicht. Und man kann hier dann zu dieser Dokumentation gehen. Und da klicken wir jetzt auch mal drauf. Und dann kommen wir hier auf diese Seite. Und irgendwie auch nicht so richtig Infos. Also die Seite, irgendwie habe ich eine Sidebar mit irgendwelchen nerdingen Infos irgendwie gesucht. Aber gab es nicht. Deswegen hier API-Reference. Und da kommt jetzt etwas, wo man auch Getting Started quasi einmal durchgeht. Und hier sind ein paar wichtige Infos. Und zwar Authentifizierung haben wir hier Authorization. Das ist erstmal das, womit es auch funktioniert. Und das ist auch das, was wir jetzt quasi ausgewählt haben. Hier oben. Beziehungsweise zeige ich dir gleich nochmal. Aber der Fehler ist quasi von mir gewesen, dass für das XXX stellt man den API-Token, fügt man ein. Und es muss tatsächlich davor noch BRA, oder was das auch immer heißen soll, mit einem Leerzeichen geschrieben werden. Das heißt, so muss es geschrieben werden und dann kommt dein API-Key. So. Und jetzt mache ich Create. Und jetzt haben wir das zum Beispiel hier schon mal drin. Und jetzt kommt hier auch nochmal, okay, API-Token haben wir hier ausgewählt. Ja. Und dann Add To. Und dann müssen wir hier Header wählen. So. Warum jetzt Header? Das ist auch das, was sie hier schreiben. Ja. Authorization. Header. Und dann XXX ist dein API-Token. So. Und dann kommt hier noch in dem Header quasi das genau rein. Also was die hier auch davor geschrieben haben. Ja. Das kopiere ich mir also nochmal ohne den Doppelpunkt. Und genau das ist im Prinzip jetzt der gleiche Aufbau, wie sie den hier brauchen, nur in der Webflow-Logic-Sprache. So. Das haben wir jetzt also für das überhaupt erstmal die Kommunikation anzukurbeln. Und jetzt wollen wir ja wissen, okay, was machen wir denn, wenn wir jetzt hier mit Subscribern arbeiten wollen. Und jetzt können wir uns sozusagen mit GET, es gibt immer so Unterschiede, siehst du auch jetzt hier im nächsten Feld, gibt es jetzt ein Request, also eine Anforderung. Okay, GET, POST, PUT, PATCH, DELETE. Also wir können ja verschiedene Sachen quasi jetzt machen mit der API. Wir wollen jetzt aber mit GET eigentlich gar nicht arbeiten, weil GET würde uns zum Beispiel etwas reinholen. Zum Beispiel die ganze Liste von den Subscribern. Und dann könnten wir die darstellen in Webflow oder sowas, ja. Wir wollen aber jetzt eigentlich einen Subscriber hinzufügen. Deswegen scrolle ich jetzt hier mal runter und jetzt hier, Create Subscriber. Und da sehen wir gleich, ist POST. Super Info. Das heißt, wir stellen GET schon mal auf POST und gehen jetzt hin und gucken, was danach kommt. Eine URL. Und die kopiere ich mir jetzt. Und das ist quasi wie so eine Basis-URL, die auch verwendet werden kann eben, wenn du jetzt mit den Subscribern arbeitest. Und die kommt jetzt hier als nächstes rein. Ja, füge ich jetzt hier einfach ein. Und jetzt kommt wieder was mit Headers. Okay, gucken wir uns das nochmal an. Warum Headers? Steht da eine Info jetzt hier nochmal dazu? Ich glaube nicht. Das war jetzt nämlich zum Beispiel das, wo ich diesen Typ hier, ja, diese Sachen eingefügt habe. Ich glaube, das steht hier auch nochmal irgendwo. So, Request.json. Genau. Don't forget to add these Headers. Also, man soll nicht vergessen, diese zwei Headers zu jedem Request hinzuzufügen. Das heißt, ich kopiere das auch wieder ohne den Doppelpunkt. Das ist quasi nur, wenn du in Programmiersprache ausschreiben würdest. Aber das macht Webflow ja für dich. Das heißt, auch das kopiere ich jetzt wieder rein in diesen Headers mit Application.json. Fügen wir hier ein. Und dann nochmal eins mit Accept. Und dann wieder Application.json. So, jetzt haben wir die zwei Headers auch hinzugefügt. Und jetzt haben wir nur noch hier unten so ein Body. So, und das Body-Ding ist jetzt das, was hier als Beispiel gegeben wurde. Gehen wir nochmal hin zu Create. Genau, das hier. Das ist quasi das, was nachher in den Body kommt. Ist quasi so eine Json-Sprach-Schreibweise. Und Json ist eben das Format, wie die hier, was mit der Sprache, mit der sie hier kommunizieren. Und ich füge mir das Ganze jetzt hier einfach mal rein. Und das ist offensichtlich jetzt nicht das, was wir brauchen. Das ist jetzt nur ein Dummy-Text. Aber es gibt uns schon genau den Aufbau, wie wir ihn auch ausfüllen müssen. Und jetzt kann ich hier bei E-Mail das quasi einmal rauslöschen. Und dann mit dem kleinen Plus hier einmal auf Form-Fields und kann jetzt hier einmal meine E-Mail raushauen. Ja, die fügt er jetzt hier dann quasi ein von dem Formular. Dann kommt Fields und dann kommt Name. So, bei Dummy, das lösche ich auch raus und füge genau an der Stelle den Name ein. So, dann gibt es hier noch Last Name. Das brauche ich jetzt nicht. Und jetzt lösche ich das also raus. Und dann ist sehr wichtig, bei solchen Sachen, dass das Komma hier dann auch weg ist. Also die letzte Zeile darf immer kein Komma haben. Hier ganz unten siehst du auch, die hat kein Komma. Die da haben Kommas, wenn immer noch mehr dazu kommt. Und was ist das jetzt? Das ist Groups. Das heißt, in MailerLite, das ist jetzt speziell eben für MailerLite, hast du ja auch dann diese eben Gruppen. Und das Coole ist, dass bei dem API-Token, wo du den erstellt hast, ganz unten auch die Gruppen nochmal aufgelistet sind. Und ich kann jetzt hier zum Beispiel auch hingehen und sagen, okay, ich füge jetzt hier meine Gruppen hinzu, wo ich den Newsletter-Abonnent auch mit eintragen lassen möchte. Und habe jetzt hier zum Beispiel in Allgemein meinen Newsletter. Dann füge ich hier jetzt die Nummer ein. Und habe hier auch nochmal meine Nummer, wenn die die aktuellsten Beiträge immer haben wollen. Und jetzt könntest du, wenn du noch mehr hast, kannst du alle da einfügen. Ja, aber wir machen jetzt hier auch mal ein Beispiel, nur die zwei. Und könnten jetzt das hier auch rauslöschen. Was hat er jetzt gemacht? Dann mache ich nochmal. Bei solchen Sachen muss man echt immer vorsichtig sein. Und auch das Komma hier wieder rauslöschen. Und jetzt haben wir es eigentlich schon alles ausgefüllt. Jetzt geht es darum, einfach mal einen Test zu fahren. Und dann finde ich den Test hier oben, der ist auch nicht so toll wie der da unten. Weil der hier gibt dir nur quasi ein Grün. Und dann denkst du, hast alles richtig gemacht. Hier unten haben wir aber einen Test, der wirklich zu MailerLite Daten hin und her schickt. Können wir hier also einmal unseren Test-E-Mail-Adresse, die habe ich mir hier schon mal in die Suche gehauen. Und können die hier einmal eingeben. Machen wir mal Jonas und machen hier eine Test-E-Mail-Adresse rein. Und dann Run Test. Und jetzt dauert es kurz. Aber dann sollte eigentlich alles funktionieren, wenn wir das korrekt eingegeben haben. Genau. Status 200. Das ist schon mal korrekt. Das kommt von Webflow. Das bringt dir aber auch nur was, wenn hier unten kein Fehler kommt. Und hier kommt Data. Und jetzt können wir nämlich richtig schön die ganzen Sachen, die zurückkommen, uns, ja, wann wurde das Ganze erstellt? Mit welcher E-Mail-Adresse ist es schon confirmed? Also bei mir muss man jetzt die Double-Opt-In-E-Mail, die sollte jetzt gesendet werden zu meinem E-Mail, zu dieser E-Mail hier. Und dann muss man die dort bestätigen. Und dann wird er erst eingetragen. Ich denke mal, hier kommt er jetzt auch schon vor, genau, aber ist immer noch unconfirmed. Aber das heißt, er ist schon reingeschickt worden. Und genau an die Adresse kommt jetzt das Double-Opt-In. Und sobald das bestätigt wurde, ja, ist er voll eingetragen. Ich kann auf Apply Data schicken, weiß jetzt also, dass es funktioniert. Wenn ich jetzt hier auf Publish gehe, ich finde, es ist auch nicht so ganz deutlich, was davon man jetzt klicken kann, was nicht. Hier haben wir jetzt Stage for Publish. Das musst du auf jeden Fall auswählen. Und jetzt warte einmal drauf, dass ich wirklich meine ganze Seite einmal raushaue, ja. Und jetzt mache ich jetzt auch einmal auf die Live-Seite. Ist jetzt kurz egal. So, machen wir jetzt hier Jonas. Mache ich hier nochmal die E-Mail rein, abonnieren. Und jetzt kommt auch genau das. Das kannst du ja alles noch stylen, wie du das möchtest. Noch als Info, das fand ich nämlich ein bisschen seltsam, dass man das Webflow quasi auch immer das als Webflow Form Submission einmal sich reinholt, ja. Oder dir zumindest in deinen E-Mail-Postfach sendet. Und das fand ich jetzt ein bisschen nervig. So, eine Sache, die passieren kann, wenn du das Ganze mal duplizierst oder manchmal funktioniert es ja nicht richtig, dann erstellt man es irgendwie nochmal. Aber jetzt hier hat er zum Beispiel irgendwie, ist er wieder durcheinander gekommen. Und das ist auch ein Fehler, der kommen kann. So, Reset the Form Trigger. Das ist dann eine Info, den kannst du einmal klicken. Und dann musst du einfach das wieder auswählen, ja. Testseite, Melleleit-Demo. Und da gibt es dann ein Formular auf der Seite. Und jetzt sagt der hier wieder, okay, ich finde die nicht mehr. Also, es ist immer noch so ein bisschen so ein Hin und Her, aber im Prinzip, wenn du das einmal weißt, dass diese Baustellen, diese Fehler kommen können, achte da drauf, dass eben da die grünen Haken sind, der Test sollte immer noch dann funktionieren. Und dann publische das Ganze nochmal, weil das halt einfach, ja, passiert, wenn du einmal das in ein Symbol reinschiebst oder wenn man das Ganze aus einem Symbol mal rausnimmt und so. Oder wenn Duplikate entstehen, hast du diese Fehleranfälligkeit, dass die Formulare einfach nicht mehr korrekt verknüpft sind. Und auch diese Input-Felder eben sich von den Namen her, ja, hier immer nochmal verändern. Und die sollten halt gleich bleiben, weil sonst kann er in dem Flow quasi keine Zuordnung mehr finden.